Hallo meine Freunde, hier ist wieder euer SciBot und wir sind zurück bei Prince of Persia, Wario Within. Und wir sind wieder an der Stelle, wo wir das letzte Mal dummerweise gestorben sind. Aber ich hoffe mal, das klappt diese Folge ein wenig besser hier. Machen wir diese Typen hier mal fertig. Ihr seid schon. Wir reifen gleichzeitig an. Tod! Tod all jenen, die mir in den Weg treffen! So, ist jetzt hier Ruhe. Dann kann ich hier ja das Ding rüberziehen. So, na. Ziehen. Dann haben wir den Schalter hier dauerhaft aktiviert. Die Axt sieht auch schön aus. Ich nehm die Axt mal mit. Und da ist ne Truhe drinnen. Schauen wir natürlich rein. Und hier geht's runter. Ging's da drüben noch weiter? Ne, hier gibt's nix, oder? Da waren nur die Typen drinnen. Okay. Also, gehen wir da links die Treppe runter. Oder hoch. Steht mir bei! Oh, schüsst du! Ihr solltet eure Zeit besser nutzen und nach einem Versteck Ausschau halten. Ist ne kluge Idee. Das ist einfach so geblockt. Das ist kein Liefer für mich. Das gebührende Ende. Ne, das will ich nicht. Ich will die Waffe. So. Gibt's hier noch was schönes? Nö. Dann dürfen wir uns jetzt hier mit diesen schönen Schwertern rumschlagen. Schnell, schnell, schnell. Aua. Scheiße. Zurückspulen, zurückspulen. So. 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 Hat man das geschafft? Jetzt muss man hier durchschauen. Links durchgehen ist, glaube ich, die bessere Idee. Aber nur, wenn die Kreissägen rechts sind. Und jetzt. Jo. Und los. Gut. Da ist ne weitere Tür, die wir zerschlagen können. Ihr darfst nicht durchkommen! Und jetzt. Ich würde mich mal wieder über einen Brunnen freuen. Und jetzt. Der sieht doch schick aus. Gibt's da unten was? Nein, da will ich nicht rein. Oh. Stacheln. Im Boden. Glocke. 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 Ne. Oh doch, da ist was. Da ist ein Schalter an der Wand. Da geht die Tür auf, okay. Ist hier noch was? Und der ist natürlich auf Zeit. Haben wir Sand? Ja, wir haben genug Sand. Jetzt schnell da durch. Ich brauche mal wieder die Zeitlupe rein. Das hat's doch ganz gut gebracht. So läuft das hier. Stacheln, da will ich nicht runterfallen. Da ist noch eine Kiste. Die nimmt immer mit. Hier ist wieder ein Hebel. Der dieses Tor schließt und das andere wahrscheinlich öffnet, oder? Genau. Und wir haben einen Brunnen. Sehr schön. Können wir erstmal wieder ein wenig Kraft tanken. Speichern natürlich. Äh, das war fast etwas ungünstig. Wir müssen da hoch. Und unter uns ein Stacheln. Das freut mich da mal wieder. Jetzt sind wir wieder hier oben. Ach du Kacke. Ein fettes Vieh. Oh, das war einmal zu viel. Na egal. Uh, wir hauen dem ordentlich drauf. Nein! Fakt. Falsche Seite. Egal. Das schaffen wir trotzdem den zu besiegen. Au. So, der ist schon halb tot. Nein. Ach, schon wieder falsch. Na ach. Ich gehe immer zur falschen Seite. Schreck dich, ey. Wow. Der ist aber deutlich besser als die anderen Sandriesen hier. Jetzt hoch. So. Jetzt hauen wir den Platz. Und das war's. Alter Skorpionsschwert gefällt mir sehr gut. Und jetzt kommt ja eine Leiter heruntergefahren. Okay. Gucken wir mal da hinten in die Kisten rein. Hier kriege ich noch ein wenig Sand. Das freut mich. Okay. Ah, ist noch eine Kiste? Ja, ist ja gut. Ey, das ist aber nicht lieb hier. Komm, kämpft mit allem was ihr habt. Hier, kannst runter fliegen. Gut gekämpft. Luft ist eure letzte Hoffnung. Das war fett. So, hier ist eine zerstörbare Wand. Was ist denn da drin? Ein Schalter. Okay. Das ist noch eine zerstörbare Wand. Moment. Schauen wir da mal rein. Was gibt's hier? Hm. Hier kommen wir nicht weiter. Ich glaube, ich möchte mich zu erinnern, dass es hier noch ein Upgrade gab. Ein Lebens-Upgrade. Ah, das öffnet wahrscheinlich da hinten die Tür, oder? Ja. Jo, genau. Schnell durch, schnell durch, schnell durch. So, geschafft. Sehr schön. Und jetzt? Genau. Hier müsste das Upgrade sein. Nein. Aua! Ach du Scheiße. Das hat ein wenig wehgetan. Okay, hauen wir lieber mal die Zeit-Doop hier rein. Oh Gott. Oh Gott. Das kann nicht lustig werden hier. Ich wette ich sterbe. Das gefällt mir ja gar nicht hier. Oh Gott. Mal gucken. Die Klingen kommen, die bewegen sich vor und zurück. Also sollte ich vielleicht auch ankommen, wenn die wieder zurück fahren. So, erstmal hier in die Ecke rein. So, wie bewegen sich die da drüben? Gar nicht. Da kann ich durch. Bewegen die sich hoch, runter, ganz normal. Oh. Oh. Ja, geschafft. Sehr gut. Gut. Da fehlt uns nur noch ein Upgrade. Dann haben wir alles. Neune müssten es sein. Ja, neun. Ihr erhaltet mehr Lebenskraft. Sehr schön. Und da sind wir natürlich jetzt gleich voll geheilt. Sehr gut. Gut. Und zurück jetzt. Gab es hier nicht eine Abkürzung irgendwo? Ne. Okay. Rechts rum. Und dann sind wir ja gleich wieder unten. Und hier lang, genau. Und jetzt? Ach, da hoch. Oder? Genau. Jetzt da hin. Und wieder zurückspringen. Wo? Da rüber. Genau, da ist ein Vorsprung. Schlecht gesehen gerade. Und da ist wieder ein Brunnen. Und ich denke, da ist mal wieder ein guter Platz. Um die Folge zu beenden. Um die Folge zu beenden. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Und schaltet auch am nächsten Mal wieder ein, wenn ihr da ist. Prince of Persia. Wario. Bis dahin. Haut rein. Tschau. Puh. Puh. Vielen Dank.